Ich schenk dir einen roten Luftballon. Honey, schenk mir doch lieber das neue All-in-One Notebook von HP aus dem Kaufhof. Dass das alles hat und wenig kostet. Das Omnibook XE3 von HP mit Intel Celeron Prozessor. Jetzt exklusiv beim Kaufhof. Ich schenk dir einen roten Luftballon. Schenk mir lieber ein Grundig-TV mit 82er-Bildschirm-Diagonale vom Kaufhof. Aber Mutti, so ein gigantisches Gerät... ...ist genau das, was ich brauche. Mit starkem Lautsprecher und Bild im Bild. Der neue Grundig-TV exklusiv beim Kaufhof. Ich schenk dir einen roten Luftballon. Schenk uns doch lieber den neuen Sony Digital-Campcorder mit Memorystick vom Kaufhof. Was? Etwa den mit der i-Link-Schnittstelle? Aber das ganze Set mit Zeiss-Objektiv für nur 3.499 Mark. Exklusiv beim Kaufhof.